die dhv news vom 17 september 2021 entspurt ihr macht druck wir machen werbung laschet soll zur drogenberatung herzlich willkommen bei den dhv news bei der gelegenheit ganz kurz gesagt wir haben jetzt kein weißes blitzen mehr ja vielleicht mitgekriegt in einen den letzten sendungen gab es immer mal so ein kleines kurz weißes blitzen hier in mir drin und das ist jetzt weg weil wir haben eine neue kamera das lag an der kamera es gab ja schon wilde verführungstheorien wo das herkommt und bei der gelegenheit jetzt wo wir noch besser geworden sind ohne weißes blitzen abonniert doch mal den kanal hier ja wäre doch super wenn vor dem ende der koalitionsverhandlungen noch der kanal hier über 200.000 abos kommen würde und der handverband am besten gleich noch über 10.000 mitglieder dann wäre das ein schönes signal noch mal richtung legalisierung richtung koalitionsverhandlungen und jetzt aber ab in die neuigkeiten sozusagen wir haben drei stellen ausgeschrieben noch nicht nur eine neue kamera angeschafft sondern wir brauchen auch noch neues personal jede jede und jeder die sich dafür geeignet fühlen für web und infrastruktur für social media oder für presse und redaktion artikel schreiben möge sich bewerben details dazu auf unserer seite handverband.de dann haben wir neue videos noch mal wieder ist ja immer noch heiße wahlkampf phase wir hämmern weiter raus wir haben die ganzen kleinen animierten videos noch mal als shorts rausgehauen ja also youtube shorts kannte ich gar nicht ja neuer trend neues produkt sozusagen youtube bevorzugt die und schieb die richtig an hoffen wir wollen ausprobieren also für die die sich gewundert haben dass die gleichen videos noch mal auf dem handy gebimmelt haben ja jetzt sind es shorts und ich habe schon gesehen man kann die auch noch leichter teilen und liken jetzt und so also können aber bei der verbreitung dann noch einfacher mitmachen außerdem ein neues video noch zeit für legalisierung schluss mit krimi wo es um die kriminalisierung der leute geht die vielen strafverfahren und so weiter auch das können natürlich gerne teilen und der die letzte ausgabe unserer sommer interview reihe ist jetzt auch draußen niemandem auf was hat von den linken hat im prinzip das letzte wort gehabt auch das schaut euch gerne an und alle sommer interviews und die diskussionsrunde mit einem vier mdbs findet ihr in der playlist in der video beschreibung so also endspurt habe ich schon gesagt ja es muss jetzt weiter druck gemacht werden wir sind kurz vor dem cannabis revolutions durchbruch ja klare sache wir verweisen ja immer wieder auf unser tool mit dem ihr eure wahlkreis kandidaten anschreiben könnt wir haben ein paar von den antworten mal zusammengetragen die irgendwie außergewöhnlich waren bemerkenswert waren da erzähle ich euch jetzt mal ein bisschen was ihr findet das im artikel auf unserer seite bei der cdu gab es zum beispiel die idee auch die bisher legalen drogen zu verbieten ja da der kandidat jemandem geschrieben der gesagt hat lass mal cannabis legalisieren nö hat er gesagt das ist nicht gut also noch lieber dann eigentlich eher tabak und alkohol auch noch verbieten das kam von einem von der cdu ein anderer von der cdu hat gesagt dem dhv würde es ja in erster linie um wirtschaftliche interessen gehen und ihn um gesundheit lustig ausgerechnet von der cdu kommt dann so ein vorwurf dass uns und euch die da schreiben es um wirtschaftliche interessen geht während die cdu damit ja gar nichts zu tun hat okay und weitgehende gesprächsbereitschaft kam tatsächlich auch bei cdu kandidaten öfter mal vor dass sie gesagt haben ja ich bin so ein bisschen unsicher vielleicht ist das wirklich richtig aber ich habe auch sorgen und so lassen wir ins gespräch kommen auch nicht schlecht ja interessant bei der spd auch häufig zustimmung aber dann auch sowas wie hier muss ich erst mal zitieren jetzt ich hätte mir gewünscht dass sie sich im gleichen umfang für eine gerechtere welt einsetzen jede woche verhungern kinder in der ganzen welt und sterben menschen bei kriegshandlungen millionen menschen sind auf der flucht bla 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 und sie wollen sich zudröhnen und den zugang zu einer weiteren droge ermöglichen ich bin enttäuscht ja vom leben enttäuscht der man sollte sich vielleicht zurückziehen irgendwie aus der öffentlichkeit das wird schwierig aber ihr wisst bescheid ja wenn es nach dem geht dann darf man sich eigentlich für gar kein thema interessieren wo nicht irgendwo auf der welt menschen sterben beim grünen einer recht genervt der natürlich viele zustimmung auch ja auch da ja aber einer der sagt er muss ja zu viele e-mails da beantworten und so ist voll genervt und voll besonders aufhören mit den ganzen e-mails ja der hat auch nicht verstanden was man so macht als kandidat für den bundestag oder andere ganz salopp hat geantwortet jup das mache ich da können sich darauf verlassen auch schön bei den linken auch wieder viel zustimmung einer von den kandidaten hat jedem mailschreiber noch ein kiffersong von youtube den link mitgeschickt ja jedem anderen auch kreativ und einer hat sich ausdrücklich bedankt für die teilnahme an der dhv aktion voll im boot war sozusagen bei der fdp hatten wir eher langweilige textbausteine jetzt nichts bemerkenswertes dabei außer viel zustimmung und afd da hat uns gar keine antwort erreicht zuletzt haben wir dann noch zusätzliche informationen gekriegt dass doch häufiger jetzt tatsächlich autoresponder eingebaut sind sozusagen ja dass die leute die mail schreiben und sofort haben sie im prinzip die antwort da die irgendwie auf cannabis eingeht und das ist ein gutes zeichen ja das heißt dass bei den kandidaten häufig das thema cannabis aufschlägt im posteingang ja da sind viele mails zu dem thema die reinkommen und da lohnt sich das dann eben so eine automatik einzubauen da müsst ihr auch nicht beleidigt sein ja dass ihr keine super persönliche mail kriegt sozusagen es geht ja auch nicht darum die leute jetzt da von der arbeit abzuhalten vom straßenwahlkampf also die ganze zeit nur andauernd irgendwelche individuellen e mails hin und her pingpongen die sollen einfach nur merken dass viel interesse da ist und selbst beim autoresponder merken das noch wie viel da reinkommt und das reicht eigentlich ja können da ganz locker bleiben auch autoresponder ist ein gutes zeichen und jetzt geht es eben in den wahl also noch mal wer da noch nicht mitgemacht hat ja der mein letzter aufruf hier letzte chance ja wenn ihr nach dem nach der wahl nur modellprojekte kriegt und keine legalisierung dann ärgert ihr euch jahrelang schwarz wenn ihr nicht mitgemacht habt und es so einfach ja ihr müsst nur auf unsere seite gehen und eure postleitzahl dabei haben der rest geht fast von ganz alleine ja wird euch immer wieder in den kommentaren hier bestätigt super easy super einfach wenn ihr noch nicht mitgemacht habt tut das bitte jetzt so wir von uns aus gesehen machen weiter mit unseren großplakaten die werden weiterhin ausgerollt da erreichen uns weiter schicke bilder dazu und eine ganz besondere aktion hat sich christian aus rosenheim ausgedacht die heimatstadt von daniela ludwig auch die sollte gut mit plakaten versorgt werden deswegen hat christian aus rosenheim eine eigene spendensammlung organisiert und auch recht erfolgreich und jetzt ist es soweit mehrere plakate hängen in rosenheim eins davon zum beispiel auch ganz in der nähe der csu zentrale da und ja groß groß kino ja super ausgerechnet da dann und dann hat er auch noch um ludwig zu huldigen so ein plakatmotiv nicht von diesem jahr genommen sondern vom letzten jahr von unserer kampagne cannabis fakten de und unserem spruch cannabis ist kein brokkoli und bier ist kein apfelsaft also da wird sich frau ludwig freuen dass sie daher ihr eigenes zitat sozusagen riesengroß in der eigenen stadt überall sieht ja christian ist übrigens auch sonst sehr aktiv hat auch jede menge flyer und aufkleber und so weiter verteilt zeit für legalisierung aus dem dhv online shop auch da könnt ihr natürlich noch mitmachen und bestellen auch über die wahl hinaus natürlich dann ist die sache ja noch nicht gegessen dann sind koalitionsverhandlungen und so da ist immer noch nicht fertig nächstes thema auch bundestagswahl ja natürlich alles im zusammenhang mit der wahl jetzt irgendwie es gibt eine gemeinsame erklärung von der ganzen gruppe von drogenpolitisch reform orientierten initiativen und die haben noch mal die wichtigsten forderungen zusammengefasst die nach der wahl umgesetzt werden sollen wir auch dabei als handverband ansonsten schilder kreis lieb deutschland akzept deutsche aids hilfe und sonics und yes wer mit den abkürzungen nichts anfangen kann ja ist was für die spezialisten der kann auf unserer homepage den artikel dazu finden und gucken wofür die abkürzungen stehen egal jedenfalls sind natürlich bei so einem breiten bündnis die forderungen auch breiter als jetzt nur bei uns normalerweise geht also deutlich über cannabis auch hinaus da zeigen wir uns solidarisch und die sich mit uns sozusagen unter anderem wird da gefordert die entkriminalisierung aller drogenkonsumenten dass die strafverfolgung bei allen letztendlich aufhört die legalisierung von cannabis natürlich das natürlich unser haupt thema da sozusagen in der gruppe mittelfristig aber auch regulierungsmodelle für alle und die führerscheinfrage soll endlich vernünftig geregelt werden auch nicht nur für cannabis sondern überall soll halt gelten dass wer nicht berauscht wird auch nicht den führerschein verlieren soll nicht nur bei cannabis ja wenn die leute eben nüchtern fahren dann sollte der drogenkonsum zumindest für den führerscheinfrage keine rolle spielen harm reduction maßnahmen werden gefordert wie drug checking originalstoff abgabe konsumräume und so weiter vernünftige bescheuerung von e-zigaretten und co auch ein wichtiges thema ja dass das jetzt nicht so hoch besteuert wird wie richtige zigaretten als wäre das genauso gefährlich und mehr verhältnisprävention bei alkohol details in den video auf unserer homepage link in der video beschreibung könnt ihr nochmal nachlesen wichtig ist natürlich auch nach der wahl dass wir alle gemeinsam mit diesen initiativen und so weiter den frischen abgeordneten im bundestag diese forderung auch noch mal zustellen jetzt aber zum hauptthema der sendung laschet pünktlich kurz vor der wahl noch mal antworten müssen in einer von diesen ganzen talk sendungen die da jetzt gerade andauernd im fernsehen sind da muss er sich zu cannabis äußern und wie das gelaufen ist zeigen wir euch jetzt mal ich kenne aber selbst im familiären kreis menschen die mit leichten drogen begonnen haben das war früher hasch oder anderes und die danach richtig drogensüchtig und ganz krank geworden sind und deshalb bin ich eher bei der position vorsichtig zu sein und es nicht zu legalisieren ja und weil cannabis ein wahlkampfthema ist haben gleich etliche zeitungen wieder ihre berichte über die ganze sendung betitelt mit dem thema radio rst zum beispiel laschet warnt vor den folgen des cannabis konsums ja sofort im titel da wie sich das gehört irgendwie egal was der sonst noch so erzählt hat jetzt natürlich die schlussfolgerung von dem herrn laschet dass cannabis bis nicht legalisiert werden soll weil er unter den bedingungen der prohibition eine person in der familie hat die cannabis konsumiert und probleme damit hat das natürlich quatsch ja also während cannabis verboten ist und die konsumenten verfolgt werden von der polizei gibt es probleme deswegen ändern wir das nicht ja merkwürdige logik oder andersrum gedreht ja da hat jemand probleme in meiner familie mit drogen deshalb ist es besser wenn die person auch noch ständig vor der polizei angst haben muss ja da müssen wir unbedingt aufrecht erhalten und da noch ein bisschen noch mal mit dem knüppel um drauf hauen wenn da jemand probleme hat die logik soll einer verstehen passt aber gut zu der meldung davor weil da war ja im prinzip von diesen ganzen anderen initiativen die rede die sich mit drogen befassen eben auch mit drogenhilfe unter anderem akzept der dachverband von niedrigschwelligen drogenhilfeeinrichtungen und das ist genau das richtige für den herrn laschet da müsste man hingehen die haben also genau die richtige behandlung im vergleich zur polizei ja polizei bringt da überhaupt nichts irgendwie seine verwandten da mal seinen eigenen verwandten mit polizei jagen zu wollen bei den niedrigschwelligen drogenhilfeeinrichtungen wäre der super aufgehoben und da könnte der laschet auch gleich mit gehen ja weil diese einrichtungen helfen auch angehörigen ja die sie am zweifeln sind was jetzt am besten machen sollen irgendwie tun können um den leuten zu helfen und so weiter und ja da haben die auch angebote kann damit hingehen und die können ihm bei der gelegenheit natürlich dann auch gleich erklären noch mal warum legalisierung sinnvoll ist weil wie ich eben gesagt habe die sind ja für legalisierung viele überhaupt in der drogenhilfe szene sozusagen praktisch die ganze drogenhilfe szene in berlin und hamburg mehrheitsbeschlüsse von wegen kann das muss legalisiert werden das wäre mal super fortbildungsmaßnahme für den herrn laschet ist natürlich die frage ob er das versteht ja also besser nicht wählen ja in der hoffnung hat er da irgendwann mal eine einsicht hat und das will ja noch mal betonen ja auch wenn ich eben gesagt habe bei den antworten der kandidaten waren ein paar dabei offen waren sich geäußert haben von wegen gesprächsbereit und so und sparen hat zum beispiel jens sparen hat diese woche auch noch mal sich geäußert und erinnert an die bußgelder von ludwig ja da hat mal ordnungsfähigkeit mit bußgeldern da jetzt irgendwie besser fände was irgendwie dann als lockerung verkauft wird aber natürlich die union ist unser problem und mit der union in regierungsverantwortung wird sich so wenig wie möglich ändern also wählen gehen nicht die union wählen schaut euch unsere wahlanalyse an da können wir mal nachlesen wie wir darauf kommen und was die besseren alternativen sind wenn ihr euch da nicht sicher seid jetzt bonn führerscheinentzug ein thema was uns schon lange beschäftigt und hier steht es frei erzählen da also ich kann nicht mehr die zeit gehabt jetzt eben hat auch noch alles aufzuschreiben muss jetzt mal ein bisschen aus dem legkästchen plaudern es geht um einen führerscheinentzug bei unter ein nanogramm thc pro milliliter blutserum was üblicherweise als grenzwert angenommen wird für die frage ob jemand eine drogenfahrt begangen hat oder nicht jetzt werden ganz viele sagen ist aber gar kein grenzwert steht in keinem gesetz ja habt ihr recht ja ist offiziell normal gesehen kein grenzwert aber es halten sich trotzdem alle dran weil gerichte diesen wert seit vielen vielen jahren immer wieder bestätigt haben insbesondere weil auch leute dagegen geklagt haben weil der viel zu niedrig ist viel zu hart ist die leute auch mit drei nanogramm immer noch nüchtern sind und darüber hinaus im grünen cannabis kontrollgesetz zum beispiel werden fünf nanogramm gefordert deckt sich ungefähr mit unserer haltung deckt sich mit dem was die kanadier machen fünf nanogramm ein nanogramm ist viel zu niedrig und eigentlich eher eine analytische grenze jedenfalls mal gewesen damals als das zum ersten mal entschieden wurde dass darunter gar nicht mehr genau gemessen werden kann jedenfalls da keine wirkung möglich unter ein nanogramm niemand keine fachleute sagen unter ein nanogramm kann jemand irgendwie so ernsthaft bekifft sein dass das jetzt irgendwie ein problem für straßenverkehr wäre und der abbau von thc geht halt hinten raus sehr langsam ja da solche minimalen werte relativ lange noch im blut sind lange nachdem die leute eben wieder nüchtern sind so deswegen sind führerschein entzüge bei unter ein nanogramm sehr selten darauf kann man keine drogenfahrt aufbauen eigentlich ja und auch nicht auf der tatsache wenn jemand gelegentlich cannabis konsumiert das ist in unserem fall der fall bei den betroffenen der ist vorher schon mal irgendwann erwischt worden mit dem besitz einer geringen menge hat auch gesagt ja ich konsumiere halt gelegentlich ja soweit kein problem darauf alleine dürfen die führerscheinstellen keine zweifel annehmen sozusagen überprüfungen anfordern mpu in der regel die dann fällig ist gelegentlicher cannabis konsum muss zusammengehen mit weiteren anhaltspunkten dass derjenige irgendwie ein problem für den straßenverkehr sein könnte das könnten zum beispiel hinweise sein auf regelmäßigen konsum regelmäßiger cannabis konsum schließt die fahrtaublichkeit aus oder andere anhaltspunkte ja und das ist im prinzip die das argument aus bonn weil die polizei bei demjenigen in der stressigen situation da bei der kontrolle im straßenverkehr irgendwelche ausfall erscheinungen angekreuzt hat ja seitenweise ich kenne im papier schriftverkehr da erstaunliche ausfall erscheinungen erzählen die da die derjenige hätte mit 0,7 nanogramm thc ja das ist quatsch und wurde auch vom arzt nicht bestätigt ja der muss ja dann zum blutprobe wie immer 0,7 ergebnis ja nüchtern nachweislich nüchtern und der arzt hat auch gesagt ja keine ausfall erscheinungen ja konnte nicht bestätigen was die polizei da irgendwie alles aufgeschrieben hat und die stadt bonn macht trotzdem eine mpu anordnung weil die sagen ja war eine drogenfahrt der hat doch ausfall erscheinungen gehabt ja so ist egal wie spurenelemente von thc da nur drin waren ja und ob das irgendwie von gerichten als grenze irgendwie festgelegt wurde oder so ja der hat polizei hat irgendwann angekreuzt deswegen musste eine mpu machen die hat er abgelehnt kann man nicht gegen klagen geben mpu anordnung sondern erst gegen den folgenden führerschein entzug die klage läuft ich gehe davon aus die stadt bonn wird es verlieren wir begleiten das eng sozusagen haben auch kontakt zum anwalt und so also es wäre schon wirklich ein drama wenn das durchgehen würde dann würde im prinzip das was wir jetzt haben würde ich erodieren jeder der nur geringste spuren unter ein nanogramm hat im blut in ganz deutschland und die polizei irgendwie sagt was weiß ich was der für ausfall erscheinungen hat kann die auf einmal wieder anfangen die drogen die die führerschein stellen die leute da zu nerven mit mpu anordnung mit führerschein entzügen und so weiter geht gar nicht klar ja dann würde auch bedeuten dass im prinzip für cannabis konsumenten das gar keinen sinn mehr macht zu trennen zwischen konsum und straßenverkehr weil die sowieso ja häufig über ein nanogramm sind selbst wenn sie vorgestern konsumiert haben dann kannst du auch gleich vor der fahrt rauchen ja wenn das sowieso keinen unterschied macht also damit wird die verkehrssicherheit eher gefährdet als gefördert ja muss verhindert werden sozusagen und wir haben da gesetzt auf die oberbürgermeisterin in bonn katja dörner weil die vorher im bundestag war grüne zur einbringung des cannabiskontrollgesetzes in der letzten legislaturperiode da auch reden gehalten hat ja engagiert dabei war und insbesondere das führerschein thema betont hat ja in mehreren äußerungen gibt auch interviews hier im dhv kanal mit katja dörner wo sie genau das sagt ja wir einzelstatement nur zum thema führerschein wo sie sagt kann muss wir müssen aufhören nüchterne leute da zu bestrafen und so und die fünf nanogramm in der rede im bundestag erwähnt die forderung der grünen und jetzt ist die oberste dienstherrin vorgesetzte der behörde die wegen unter ein nanogramm sogar irgendwie jemand den führerschein abnehmen will da haben ja gehofft da kann man was machen ja haben sie angeschrieben anfang juni schon drei monate her bisschen hin und her haben den fall genau geschildert und auseinandergelegt und so haben auch ja rückmeldung aus ihrem büro gekriegt dass sich das anguckt dann letzte aussage war ja sie lässt sich das nochmal berichten irgendwie bevor da irgendwie was passiert ein schreiben raus geht und so und dann kam der führerschein entzug ja da ist irgendwas fürchterlich schief gelaufen und ja irgendwie natürlich auch pr mäßig ein desaster für die grünen trotzdem mache ich dieses thema hier auf auch weil ich obwohl ich weiß dass das natürlich ja schwierig ist weil ihr da draußen jetzt einige von euch sagen wieder ja die grünen sind sowieso alle lügner man kann ihnen sowieso nicht vertrauen und so weiter und kann man nicht wählen bla bla ja also ist natürlich schwierig gerade in so einem fall wenn jemand da so vorweg gelaufen ist ich möchte aber noch mal daran erinnern dass das immer einzelne personen sind sozusagen und das auch nicht klar ist in warum das so gelaufen ist ja das das sind wir noch am eruieren sozusagen es ist mittlerweile ein artikel zum thema erschienen nach unserer pressemitteilung diese woche im bonner general anzeiger mittlerweile haben wir persönlichen kontakt zu katja dörner die auch noch mal betont hat sie ist nach wie vor im boot ja sie hat noch mal ihre eigene rede da gepostet ja sie ist weiterhin legalisiererin sie erinnert auch dran dass bonn eine stadt ist die ein modellprojekt zur cannabis abgabe beschlossen hat das weitestgehendste was eine kommune eben beschließen kann insofern tatsächlich auch eine gute sache aber was jetzt da mit dem führerschein ding ist ja ist mir nach wie vor unverständlich und ich hoffe dass sich das noch irgendwie aufklärt ja ansonsten werden die gerichtetes regeln und muss ich dann schon sagen wäre dann schon eine schlappe für die oberbürgermeisterin dass ihr das sozusagen so entgleiten konnte sie hätte die möglichkeit habt da einzugreifen sie hatte das wissen dass das gerade vorgeht dieser vorgang dass das auch brenzlig ist und öffentlichkeit hervorrufen würde ja also mal sehen wie das da noch weitergeht sie hat jedenfalls bekräftigt dass sie das nach wie vor nicht gut findet ja aber wieso sie da nichts macht wissen wir nicht so ich hoffe jetzt habe ich das einigermaßen genau genug rübergebracht und geht zum nächsten thema bevor das ganze hier fürchterlich ausufert in stundenlange sendungen und bleibt mal beim thema modellprojekt gerade wo wir es gerade hatten offenbach hat ein modellprojekt beschlossen im sinne von sie wollen eins machen haben wir eine weile nicht mehr gehabt ich glaube bonn war tatsächlich die letzte stadt von der ich das berichten konnte hier vor einer weile offenbach ist jetzt auch im boot auch die wollen modellprojekte machen für euch immer für den hinterkopf ja uns natürlich lieber wenn sofort legalisiert wird keine frage wir brauchen keine modellprojekte eigentlich wir müssen nicht mehr überzeugt werden davon dass die legalisierung sinnvoll ist egal wie ja besser als jetzt auf jeden fall und wir haben ja die daten jetzt aus den ländern wo legalisiert ist aber kommunen können nicht die legalisierung beschließen und es ist auch völlig ja nicht absehbar sozusagen was jetzt auf bundesebene passiert das heißt das ist ein beschluss quasi auf kommunaler ebene für die legalisierung sie finden die legalisierung sinnvoll von cannabis können es aber natürlich in ihrer kommune nicht machen und sie wählen dann das weitestgehendste instrument auch im druck auf die bundesebene auszuüben und beschließen halt okay lasst uns das ausprobieren im kleinen rahmen von daher gerade auf kommunaler ebene ist ein beschluss für modellprojekte gut ja im bundestag wäre natürlich schick wenn die sagen würden komm wir haben mit verstanden die ganzen sigilale aus den städten ja wir regeln hat jetzt komplett nicht nur mit modellprojekten so offenbach will jetzt zusammen mit frankfurt am main kontakt aufnehmen auch mit der landesregierung und gucken wie sie das gewuppt kriegen ob da was passiert was da passiert hängt sicherlich auch vom wahlausgang ab und vielleicht können wir diese geschichte ja überspringen die schweiz noch mal zu dem thema da sind sie schon weiter da ist es jetzt so gelaufen dass nicht sofort legalisiert wird sondern modellprojekte kommen aber ist ja nirgendwo in europa bisher legalisiert von daher ist das natürlich im vergleich eine fortschrittliche weitgehende sache immerhin passiert überhaupt irgendwas ja und gesetzlich war das auf bundesebene jetzt mittlerweile schon klar auch klar welche städte sich interessieren zürich hat jetzt genauere angaben gemacht wann wie wo das ganze losgehen soll gibt es einen schönen übersichtsartikel verlinkt wie immer in der video beschreibung ein paar eckdaten ab herbst 2022 soll es losgehen in zürich und bis zu 2000 leute können da teilnehmen ist geplant angestrebt mindestens 500 brauchen die um vernünftige wissenschaftliche ergebnisse zu haben am ende die abgabestellen sollen sich aufteilen in zehn apotheken und zehn social clubs ja die aber nicht selber anbauen sondern auch selber einkaufen und verteilen und so aber wo eben dann auch diskutiert werden kann welche sorten denn die guten und die richtigen sind und so weiter die wollen natürlich auch ein gutes angebot machen damit die leute nicht dann doch am ende wieder auf den schwarzmarkt ausweichen weil ihnen die auswahl nicht gefällt und eine begrenzung von 20 auf 20 prozent thc soll es da geben also noch stärkeres zeug soll da nicht verkauft werden die abgabemenge ist auch gedeckelt und zwar angebunden an den thc wert bei 20 prozent thc dürfen die leute 50 gramm im monat kaufen und wenn sie entsprechend leichteres zeug haben entsprechend mehr damit sollen die besten bedingungen für die legalisierung erforscht werden ja wie macht man das am besten also die perspektive legalisierung liegt da schon auf dem tisch ja es geht eigentlich nicht mehr so sehr darum ob legalisiert werden soll sondern perspektivisch schon wie also ist quasi ein türöffner ding irgendwie wenn ihr nicht alle bei der aktion mitmacht die wahlkreiskandidaten anzuschreiben dann kriegen wir auch noch modellprojekte hier in deutschland ja also mitmachen da wenn alle zuschauer hier dieses tool benutzen und alle zehntausende von leuten hier den wahlkreiskandidaten schreiben dann kriegen wir legalisierung sofort würde ich mal wetten alles andere wird dann knapp wenn wir mal sehen was dann passiert letzter punkt italien da gab es schöne meldungen jetzt mit schönen überschriften eigenanbau in italien bald legal und so es ist noch nicht ganz in trockenen tüchern deswegen sage ich es hier vor allen dingen auch normal erzähle ich sachen die wirklich fertig sind aber manche haben vielleicht bei den nachrichten gedacht so okay das ist jetzt ist jetzt fertig da in italien nicht ganz und es schwillt auch schon lange es gab im urteil 2019 vom obersten gericht wo es hieß der eigenanbau in kleinen mengen mikromnesische minimengen irgendwie darf nicht verboten sein darf nicht bestraft werden und seitdem warten halt alle darauf dass dazu eine vernünftige regelung im gesetz kommt was jetzt das bedeuten soll und wie die polizei damit umgehen soll und dauert halt ewig wie üblich und jetzt gab es aber einen beschluss dazu im rechtsausschuss des italienischen parlaments und die haben gesagt ja vier pflanzen sollen erlaubt werden manche haben jetzt gedacht okay das bad ist aber noch nicht so weit ja der muss auch das gesamte parlament noch zustimmen da wird noch eine heiße diskussion werden da die rechten machen schon mobil von wegen das noch irgendwie zu verhindern und so aber das doch jetzt schon mal eine ganz gute vorentscheidung weil die mehrheitsverhältnisse in dem ausschuss genauso sind wie im parlament und wenn da jetzt nicht schon wieder die regierung zusammenbricht und neu gewählt wird und so weiter ja stehen die chancen tatsächlich ziemlich gut dass recht bald in italien jeder vier handpflanzen sich auf den balkon stellen darf toll 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 so jetzt termine und aktionstag morgen ist der aktionstag für legalisierung zeit für legalisierung und zwar in vielen deutschen städten geht dahin wenn ihr da irgendwie einigermaßen in der nähe seid und zwar demonstration in braunschweig in karlsruhe in halle in freiburg in hamburg heidelberg tübingen frankfurt münchen stuttgart konstanz überall demonstrationen für die legalisierung von cannabis am samstag 18 september unterschiedliche uhrzeiten guckt auf unserer seite wann und wo genau das ganze stattfindet dann habe ich für euch noch ein treffen der ortsgruppe in oldenburg ein tag später schön noch mal zurückverfolgen was auch auf den dhv kanälen an dem tag so gelaufen ist vielleicht bei anderen städten los da wird natürlich auch bei uns einiges los sein dann haben wir noch eine demo am 21 gleich zwei tage später in wiesbaden ein kiff in in wiesbaden halt und zwar das auch ganz konkreten anders die linken in wiesbaden wollen eine halbe stunde später nach beginn dieses kiff ins einen antrag einbringen im stadtrat wiesbaden für ein cannabis modellprojekt während das kiff in draußen vor der tür noch läuft hinweis natürlich logischerweise dann von den veranstaltern auch dass man da nicht illegale sachen mitbringen soll weil die illegal sind dienstag 21 september 16.30 heidelberg trifft sich die ortsgruppe am 21 dienstag und oldenburg noch mal trifft die ortsgruppe diesmal zum online themen abend mit cannabis anwalt oliver rabatt hamburg dienstag 21 ortsgruppe klönschnack oldenburg noch mal am sonntag 26 september noch mal treffen der gruppe in oldenburg dann schon wieder hamburg am 28 alle ganz fleißig und dann noch mal oldenburg am 28 unglaublich hybrid live treffen der dhv ortsgruppe und noch mal ein online hanftisch vom hanfverband rhein-neckar dienstag 28 september infostände zum aktionstag gibt es uns auch noch in koblenz oldenburg und regensburg am 18 september und interessant ja übrigens oldenburg ja ich sehe nur noch oldenburg hier die ganze zeit eins der treffen in oldenburg ist am sonntag 26 september 17 uhr was sagt uns das der wahltag 18 uhr gehen die wahllokale zu dann kommen irgendwann die ersten hochrechnungen und so ich nehme an dass das so eine art public viewing werden wird ich kann mir jetzt nicht vorstellen dass die dann alle da sitzen um halb sieben und irgendwelche aktionen besprechen wenn gleichzeitig das wahlergebnis da irgendwie rockt naja spannend schöner 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 anlass sich auch da dann zu treffen das war's für heute den kanal bitte einmal abonnieren jetzt so ja 200.000 bis vom ende der politischen verhandlungen die blocke drücken das video liken das video liken